Guten Tag, ich bin der Riko und ich bin eine Puppe und ich bin soo hässlich. Aber ich glaube, nur die hässlichen Puppen, die hat man richtig fest ins Herz geschlossen, weil die ja so hässlich sind und da drin, da drin sind sie ganz arg gut. Ja, ich war auf dem Weihnachtsmarkt, habe ganz viele Geschwister gehabt, ganz viel. Und dann hat mich Gisela weggenommen von meinen Geschwistern. Ja, ich war nicht ganz billig, aber jetzt warte ich, dass ich zu einem Mara darf, zu einer Livia darf, zu einem Robin darf. Und jetzt zeige ich mal, wie ich schon Klavierspielen gelernt habe. Gut, das war ein Fehler. Ich kann es noch nicht so gut. Und linkshändig, hm, hm, nein, linkshändig kann man nicht spielen. Jetzt versuche ich es mal mit meinen Füßen. Geil. Du wirst mir jetzt mal Klavier spielen. Du, du, du. Sollen wir es versuchen? Sollen wir es versuchen? Hm? Okay. Meine Füße sind zu, 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 dick. Die haben, ich glaube, ich habe Stummelbeine, Stummelbeine, hup, 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 Stummelbeine. Und deswegen mag man mich. Und jetzt, hm, jetzt sing ich mal. La, le, lo, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Und du schlafst auch du, la, le, lo, vor dem Bett, hm, stehen zwei Schuhe und ich bin genau so müde. Geh jetzt so ruhig. Winke, 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 mit den Händen, mit dem Augen, mit dem Mund. Winke, 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 denn zum Winken gibt es immer einen Grund. Geht doch niemals ein Menschen vorüber, hm, könnt den Text nicht, hm, muss ich lernen. Also, winke, 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 winke. Winke, winke, winke. Winke, winke. Vielen Dank.